So moin moin, nach dem Zerstörungsvideo von Rezo hat nun die CSU ein eigenes YouTube-Format geschaffen und möchte nun die Antwort geben. Und die CSU hat auf Twitter geschrieben, Zitat, die Antwort auf Rezo heißt Armin. Zur ersten Folge von CSU geht es, hier und dann der YouTube-Link. Im Vorfeld hat die Bild-Zeitung dieses erste Video schon bekommen. Die Bild-Zeitung hat dann getitelt, nimm dies wie so, CSU holt zum Gegenschlag bei YouTube aus. In ihrem Artikel lobt die Bild-Zeitung die CSU in höchsten Tönen die Machart sehr professionell, frisch, eigener Stil, schnelle Schnitte, Gags und Attacken auf Grüne, Linke und alle anderen, die es verdient haben. Das hat die Bild-Zeitung geschrieben, allerdings die Zuschauer dieses Videos sehen das deutlich anders. Nachdem dieses Video von der CSU online gegangen ist, hat es extrem schlechte Bewertungen bekommen. Wir haben jetzt gerade über 64.000 Dislikes bei 1.900 Likes, also einer verschwindend geringen Likzahl, wenn man die Anzahl der Dislikes betrachtet. Und von den Kommentaren her hat es auch sehr viel Kritik gegeben, allerdings wurde ein Großteil der Kommentare gelöscht. Teilweise wurden alle Kommentare gelöscht, alle Kommentare entfernt. Die Kommentarfunktion wurde auf moderiert gestellt, dass nur noch eine Handvoll Kommentare zu sehen geblieben ist. Alles andere wurde weggelöscht. Inzwischen kommen wieder Kommentare nach, jedoch ist das ein, so wird es aufgefasst von den Kritikern, ein Armutszeugnis der CSU, dass sie eben auch anfängt, die Kommentare wegzulöschen, zu zensieren. In den Kommentaren wird von Stimmungsmache gesprochen, wird davon gesprochen, dass dieses Video sehr peinlich ist, dass es ein wahres Cringefest darstellt. Was man festhalten kann, dieses Video wird aus unterschiedlichen Gründen nicht angenommen. Zum einen haben wir die Aufbereitung des Videos, zum anderen haben wir aber auch die Fakten. Notiert zu einem Kommentar von mir. Die CSU hat durch dieses Video aus ihrer eigenen Sichtweise versucht, den YouTuber Weezo zu imitieren. Dazu zählen sicherlich nicht nur die gefärbten Haare, sondern man hat eben auch so Standard-Elemente verwendet, wie die Musik, die überaus unpassend war, die unlustigen Einspieler und diese Sound-Effekte, die man sich auch in Gänze hätte sparen können. Das Video zu schauen hat mir regelrecht wehgetan. Da war fast noch das Beste an dem Video, die aufgesetzte Haltung des Moderators. Wir haben in diesem Video Pseudofakten ohne Ende gehabt. Angefangen von der Greta-Auseinandersetzung über die Deutschlandfahne, über die Antifa-Auseinandersetzung in diesem Video, wo man zahllose Belege und Fundstellen im Netz finden kann und in den Medien finden kann und in der Literatur finden kann, die eben genau dem widersprechen, was die CSU in diesem Video gesagt hat. Das Drastische an dem Video ist eben auch die Resonanz auf die CSU. Die CSU hat sich von vorne bis hinten blamiert. Die Leute haben sich nicht in die Irre führen lassen. Im Gegenteil, die CSU hat berechtigte Kritik erfahren. Und als Antwort auf diese berechtigte Kritik löscht die CSU nach wie vor fleißig Kommentare unterhalb dieses Videos, um den Schaden aus ihrer Sicht so gut es geht zu minimieren. Dabei wird der Schaden dadurch alleine schon nur noch weiter vergrößert. Diese ganze Auseinandersetzung entwickelt sich gerade zu einem wirklichen Imageproblem dieser Partei. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.